Jo, willkommen liebe Leute und willkommen bei einem neuen Let's Play. Hier ist Arlon. Arlon wollte ich gerade sagen, tut mir leid Leute. Ja, wir sind hier stehen geblieben. Hier sollten wir durchkommen. Na super, da ist ja noch ein Puzzle. Okay, wer ist da vorne? Spooky, vielleicht überlebt ihr es. Vielleicht überlebt ihr es Leute. Ich glaube nicht, dass ein Pokémon hier existieren sollte, bei denen das schneller ist als mein Gyarados-Teil, Spooky. Luxior! Super, gegenseitiges Bedrohung. Äh, äh, Kaskade. Lieber Kaskade-Leute. Äh, im Original waren die Elektro-Pokémon noch nicht Resistenz gegen Paralyse. Das haben sie dann umgeändert halt. Damit man... Weil es logischer Wahrheit. Eidifas. Ist auch ein Wasser-Pokémon. Ach, egal. Es kann mir nicht schaden und ich kann ihm nicht schaden. Aber, ich kann Drachentanz machen. Bitte mach keine Attacke, die mich verwirrt. Oh, das ist ja noch schlimmer. Oh, das ist sein letztes Pokémon. Entweder schaffe ich es oder ich schaffe es. Komm schon, mit einem Schlag. Was? Hm. Warte, ich hab keinen Aufwecker. Hab ich vielleicht einen... Das schild der AP. Das schild auch die AP. Auch die AP. Na super, Leute. Hoffentlich hab ich eine Beere. Jupp. Kaskade, wirklich? Falsche Tasten. Jetzt. Boom. Wir hätten ihn schon davor besiegen sollen. Wie? Hat er es geschafft? Gib mir dein Geld. Tut mir leid, Leute. Ich glaube, ich bin krank geworden. Okay. Jetzt sollte es gehen, oder? Oh. Tut mir leid, Leute. Oh mein Gott, ich werde, glaube ich, krank. Und dabei hatte ich morgen was vor. Stahl und Boden war das, oder? Wenn er Boden-Pokémon ist, habe ich noch gut. Ja. Er ist Boden-Pokémon. Er ist Boden-Pokémon. Wie hast du es überlebt? Nochmal. Okay. die zeit ist ja den kann ich auch wissen oder ok komm schon und das noch weg okay jetzt sollte es gehen leute oder habe ich einen fehler gemacht na ich glaube das sollte so sein ich muss dann von unten irgendwie wieder nach oben kommen schauen wir mal nach oben leute wartet kurz ich muss das mal weg klicken da war es besser gesagt eine benachrichtigung nun den herausforderer es passiert nicht doch aber manchmal gibt es trainer die es bisher erschaffen doch bisher waren sie alle eine enttäuschung keiner von ihnen konnte mir das wasser reichen ich bin arena leite wolkner oder volkner man sagt ich sei der beste arena leiter des regnen aber wieder muss ich lass uns die sache einfach hinter uns bringen ich hoffe du bist ein trainer der mir erinnerungen erinnerungen prüfen kann wie viel spaß pokémon kämpfer machen können ja ja du wirst schon sehr viel spaß haben und ich werde sehr viel spaß bei synthya das steht schon mal fest das wird ziemlich schwer mit einem donor und mein lieber garados spook ist tot bei sowas trotzdem mache ich das gerade nein was sollte das jetzt werden ich weiß nicht leute ich aber ich weiß nicht das passiert Schickt mir vielleicht Giraffe-Regal? Ja, schickt mir Giraffe-Regal aus, aufs Feld. Zuerst heil ich mal meinen lieben Garadus. Ich hab wirklich... WAAAH! Was ist los mit diesem Pokémon? Fast, fast. Ja, ja, war eckler. Heil ihn, komm schon, nein, nein! Ah, fast. Schon wieder? Komm schon, komm schon. Ja! Mit einem Schlag weg mit dir. Raichu. Na, diesmal, diesmal mach ich sicherer. Komm, Ro... Jetzt sollte sein Raichu keine Chance mehr haben. Sicher hat er jetzt eine Dings-Attacke, eine Kampf-Attacke. Die ist wieder... Schlimm für mich. Oder besser gesagt für meinen Bro hier. Aber... WAAAS! Oh mein Gott, er hat's überlebt dank Dings. Robustheit. Haha! Selbst mit der Bear-Aus, das ist nicht geschafft. Obti-Leri. Das sollte Patschi hinbekommen. Warum hat er irgendwelche Pokémon, die nicht einmal Elektro-Pokémon sind? Was für einen Sinn hat eigentlich ein Obti-Leri hier im Arena zu tun? Oh mein Gott! Dona Blitz! Okay. Schlimm für Obti-Leri. Jetzt normal. Dona Blitz nicht fertig. Ich habe ich das. Hkuhh. Schlimm für das Leute. Lust, du hast ein Venture. Luxtra! Den überlasse ich Zero. WUH! Mach dich bereit, hier kommt meine Trumpfkarte. Ja, deine Trump-Karte. Dein letztes Pokéon. Das soll jetzt deine Trump-Karte sein. Außer es kann nur starken Attacken. Vielleicht kein Schlammwurf. Dann bin ich weg. Erdbeben. Das ist auch sehr schlecht. Mit einem Schlag weg mit dir, Alter. Das hast du gut gemacht, Zero. Du hast mich besiegt. Dein Will und der erhabene Kampfstil deiner Pokémon. Ich bin immer noch ganz hin und weg. Das war ein sehr, sehr guter Kampf. Danke für die Moneten. Das war seit langem mal wieder ein Kampf, der so richtig Spaß gemacht hat. Ich bin sehr gespannt darauf zu sehen, wie du und dein Team in Zukunft kämpfen werdet. Hier ist dein 8.0. Den hast du dir richtig verdient. Dankeschön. Und die habe ich immer noch nicht poliert. Lass mich nach Hause gehen. Diese brauchst du, um zu Pokémon-Liga zu gelangen, was eh klar ist. Jetzt, wo die alle 8.0 verlieben wurden, gehör ich in dir alle Pokémon-Auslaufs-Luss. Und ich möchte, dass du die hier an dich nimmst. Ja, Sticker. Ja, das ist mal gut. Aber das 100% Volt-Wechsel. Ladestrahl. Was? Er hat das überhaupt nicht benutzt und dann ist es... Ladestrahl? Ok. Ok. die andere arena leiterin wartet unten auf uns aber zuerst leute pokémon center oh mein gott die hitboxen des charakters sind wirklich sehr groß gestoß mich überall an und kommen auch nicht richtig weiter wegen diesen riesigen hitbox da er bleibt stehen einfach obwohl darf es eine sehr große fläche ist da seht ihr irgendwie fühle ich mich in dieser stadt zu hause sie liegt da mehr und da drüben steht ein leuchtung ja du kennst dich mit leuchtungen aus aber das ist ja der arena und ordnen dieser stadt du musst gut sein bitte nehmen wir auch noch es gerade er das brauchen wir diese themen enthält die attacke kaskade wenn du gerade über die epe dankeschön das buch war von der ok das ist schlecht ja es hat ja nur ein pokémon was ist wohl die lumineon super obwohl nachts öffnet das die unter.de Gneer, Scha! Na super. Hier, wer will ich für dich? ja leute dann mache ich hier wieder mal schluss wir sehen uns dann nächstes mal ich wollte nächste woche sein nächstes mal leute und ja nächstes mal sind wir schon in der siegesstraße man sieht sich dann leute bis bald